Leute, heute spielen Battle durch eine neue neue Folge Build Battle, aber wir dürfen nur eine Farbe verwenden. Und diesmal ist die Farbe grün. Wie hast du das bestimmt? Keine Ahnung, hier ist so eine Mongas-Ding, das ist grün. Du bist so zillt. Ja okay, let's go, Lina, grüner Golem, das kann ja mau werden. Ey, das heilt hier so heftig, Lina. Hallo? Das heilt gar nicht so doll, wie du denkst. Echt? Nee, 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 tut's nicht. Wir müssen so einen Golem machen, wie gestern in deiner Folge, den Agent, weißt du noch? Ich google den Agent kurz. Ja, den Agent, ja, Lina, aber das kriege ich niemals hin. Kein Problem, das kriegen wir hin. Der Agent, okay. Ich habe ein anderes Grünscheck. Nein, egal. So, mach mir einfach nach. Oh shit, du musst ein bisschen weiter nach rechts. Mach mir nach. Ich reiß alles ab, was du brauchst, die Scheiße. Okay, dann können wir hier seine Füße jetzt so größer machen. So, ich schätze mal drei hoch, das reicht. So, dann müssen wir jetzt sein Body machen. Den machen wir ein bisschen, oh, Entschuldigung, Entschuldigen Sie bitte. Oh Gott. Nur die Farbe Grün. Aber ich finde, so ein bisschen Texturierung würde auch nicht schaden. Oh Gott, Ben, was ist hier los? Was ist passiert? Die Katze ist gerade vom Tisch gefallen, denke ich mal. Gibt's dir gut, Kollege. Deine Katze ist so halb, dass sie vom Tisch fliegt. So, zack. Kannst du gleich die Wand mal hier mit mir hoch machen? Boah, nee, das sieht schlecht aus, Elina. Ich bin hier in der Pause. Der Wohlverdient möchte ich hier auch noch betonen. Wir bauen immer alles doppelt, weil wir gleich denken, so, zack. Das muss ziemlich hoch, weil das wird sein Körper hier. Sein Adoniskörper wird das hier, Ben. Wir haben noch fünf Minuten Zeit. Easy. Das wird der erste Win, ich sag's dir. Also Stand, jetzt sieht das Ding abnormal, kantig und irgendwie aus, Elina. Ja, das ist ja auch ein Agent, was willst du? So, okay. Elina, die Leute kennen Agent nicht. Ja, aber der wird süß aussehen, ich sag's dir. Wie hoch, weiter? Pass auf, jetzt kommt nämlich was Krasses. Das wird so ein grüner... Elina, ich hab ganz schlechte Neuigkeiten. Was denn? Der ist nicht gerade. Warum ist der nicht gerade? Der muss hier, äh, warte. Ja, hier. Der muss hier eins weiter, ja. Ja, mach mal kurz. Adler Auge Benson hat das natürlich. Adler Auge Benson am Start. So, ich mach jetzt hier solche Holzarme. Das wird so eine Art Pinocchio oder so. Holz ist nicht grün, Elina. Na und? Das ist doch fast all over grün. Eine Farbe nur. Kannst du jetzt da nicht einfach Holz dran machen? Na gut. Mach die da Holz, Alter. Mach du den anderen Arm. Dann mach du den anderen Arm. Mach ihn grün. Ja, in welcher... Aber was für... Nee, das ist ja Agni. Du hast doch Laub nehmen. Da haben wir so einen Baumatzen. Laub? Smarter Dude, Ben. Smarter Dude. Nice. Mach die da Holz, Alter. Das hab ich gar nicht gehört. Oh mein Gott. Ich dachte, ich könnte die Regeln ausdribbeln. Aber genau. Wie baut man... Ich würde einfach nur vier Blöcke. So, jetzt noch eine Schicht und dann ready, bon, baddy. So, okay. Ja. Jetzt kommt der Kopf vor. Das würde ja... Das wird ja eine Meile. Vielleicht sollte er was halten in der Hand. Vielleicht... Was kennt der Grün? Das ist grün. Die... Vielleicht hat er sich eingespieselt, Alter. Und da ist so eine grüne Grutze unter ihm. Ich sag's so ein bisschen wieder. Könnte der vielleicht... Oh, so ein Trank. Nee, Glas ist ja weiß. Und weiß ist ja keine Farbe. Ben, hilf mir bitte beim Kopf. Ich versuche, das Regelwerk zu erörtern. Wie, wir müssen mir beim Kopf helfen? Ja, weiß ist ja keine Farbe. Also dürften wir das ja benutzen. Dann haben wir ja keine andere Farbe benutzt, verstehst du? Weiß? Ja, für Glas. Da gebe ich... Ja. Nee, Ben, texturier den Text. Also mach den Kopf erstmal hoch. Wir müssen den Kopf hoch machen. Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, weiß und schwarz sind Kontraste. Das darf man. Weil da können wir halt... Nur so können wir die Augen machen. Anders geht's ja nicht. Ja, ich überlege dem... Also das schaffe ich jetzt eh nicht mehr, aber den eine Trankflasche zu geben. Nein, Ben, streich das. Wir müssen den Körper überhaupt erstmal fett. Der Kopf ist zu hoch, Elina. Der ist... Ist der zu hoch? Ja, ja, ja. Nee, der ist perfekt. Der ist perfekt. Der ist perfekt. Der ist perfekt. Zwei Minuten, du Verrückte. Ja, du solltest mir ja auch helfen, aber du stattdessen hast du fast über einen grünen Trank, Alter. Ich bin dabei. Mach die Rückseite, Ben. Ich mach die fette Nase. Das ist ja wirklich der größte Kastenklopper, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Zwei Minuten nur noch, ey. Ich versenke in der Versenkung. Nicht letzter ist das Ziel, Elina. Nicht letzter, okay. Soll ich jetzt texturieren? Texturieren mal. Du kannst... Du kannst, glaub ich... Äh... Das sieht halt irgendwie scheiße aus. Warte, ich kann grad nicht denken, weil ich muss machen. Ich bin Macher, Ben. Oh mein Gott. Ja, der sieht halt voll kacke jetzt aus, ne? Sieh's nicht. Hör auf. Ne, ich mein den Kopf. Der Kopf sieht über nice aus, Ben. Die Platte oben. Wie die Platte oben? So. Was ist mit der Platte? Okay, jetzt texturieren. Das wird natürlich ein Abenteuer, ey. Puh. Dem hängt hier so ein dicker Pope raus. Hey, der sieht ehrlich gut aus, ne? Jetzt texturier doch. Wir brauchen grüne Sachen. Grüne Wolle. Hey, grüner Leim. So. Ähm. Zack. 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 Vielleicht sollten wir auch so... Nee. Sollten wir ihm Haare machen? Ja, safe. Guck mal oben. Am liebsten Kacke das aussieht. Mach ihm auch ihm Haare. Mach mal grünen Moosstein auch so ein bisschen rein. Dann sieht das so aus wie so ein Golem. Weißt du? Mehr wie ein Golem. So. So, Golem sind ja steinig und so. Ja, aber eigentlich ist das ja... Nicht denken machen, Ben. Wir haben noch 38 Sekunden. Ich bin dabei, Nina. Kann wohl texturieren. Das ist, denke ich, viel schlimmer gemacht. Ja, du sollst ja auch texturieren. Ja, was hat es schlimmer gemacht? Das sieht doch nicht kacke aus. Der sieht nicht kacke aus, Ben. Was soll denn das hier? Verschämtheit. 15. Wir texturieren weiter. Kennen keine Limits. 3, 2, 1, stop. Sieht doch scheiße aus. Ja, das Texturieren dauert halt einfach. Da musst du viele Blöcke. Ja, weiß ich nicht, ey. Grauenhaft. Echt? Also, ich war... Oh nein, wir hätten ja Ranken nehmen können. Mit Ranken wäre das so schön nice gewesen. Was ist das denn? Das ist super kacke. Was ist das für ein Golem? Boah, was ist hier los? Ja, perfekter Golem auf jeden Fall. Der hat erst mal ein Dorf gebaut. Ach, Village. Er dachte... Ah, nee, Golem. Boah, ich hatte Angst. Ich dachte, das ist das Deutsche gebaut. Bei Village und... Oh, nee, was heißt der Iron Golem? Das ist ein Schnee-Golem. Ah, eigentlich klug, aber nicht fertig. Da haben wir Müll. Okay, weil die Idee, die See ist das wichtigste hier. Also, bisher sehe ich uns entweder Erste oder Zweiter. Aber eher sogar Erste. Ähm, ja. Aber da hast du das. Das ist voll unfair. Ja, okay, jetzt die Machina betrachtet. Wir haben einen Spot auf der Rückseite. Das ist scheiße, ey. Ja, da hängt ein Poker raus. Ja, okay, geht halt so. Die Augen habe ich irgendwie nicht so geil gemacht. Die hätte ich breiter machen sollen. Das denn, ey. Der musste aber auch allein bauen. Das ist übrigens ja nach toll. Oh, schade. Oh, oh. Oh, oh, wir haben verloren. Oh, nee, doch nicht. Boah, nee, zum Glück, Alter. Ich dachte, das war eine heftige Packung jetzt hier. Dachte ich auch. Ich dachte, das wäre so Terraform irgendwie so down. Also, ja, gute Idee, aber... Scheiß Umsetzung. Ja. Ich weiß ja, Elina, solltest du dir dreckigste Lache. Muggers. Wir hätten dem so, im Nachhinein eingefallen, ein Herz aus grünem Glas machen sollen. So in der Mitte seines Oberkörpers. Oh, das ist der Golem aus Dungeon, denke ich. Ja, der ist ausnahmsweise mal gut. Aber für zwei Minuten... Yeah! Digga! Einfach besser! Einfach die Besten! Oh, Alter. Bahnwitz. Wir machen jetzt ein Trampolin. Okay, wir machen die Farbe rot. So. Oh Gott, oh Gott. Richtig gut. Oh nein, den Pilzblock gibt es da noch nicht. Machen wir so eine Art Trampolin Park? Oder machen wir... Nee, wir machen ein fettes Trampolin. Dafür brauchen wir hier... Oh nee, das gibt es hier nicht auf dem Server. Kann man das irgendwie mit Bannern machen oder so? Rote Netherziegel? Nee, die gibt es hier auch nicht. Es gibt wirklich nichts in hier. Das ist ja so eine scheiß Person. Die können Nether nehmen. Das ist auch noch rot. Okay. Wir brauchen als erstes... Brauchen wir eigentlich wieder einen Kreis. Das kann ja wieder was werden. Aber das geht ganz einfach, indem man eigentlich... Redstone ist rot. Ein Kreuz macht mitten im Mittelpunkt. Der wäre hier. Dann macht man jetzt wieder hier auf der anderen Seite ein Kreuz. So. Das ist ein bisschen zu lang. So und so. Okay, und jetzt muss man einfach nur die Sachen hier verbinden. So. Ich denke, größer ist besser. Das sieht aus wie ein Barrierblock. Alter, ehrlich. Ja, okay, lass doch machen. Passt. Alter, das muss ja eigentlich stehen. Nee, das muss viel größer, Ben. Das muss größer. Du hast recht. Du hast total recht. Eins, zwei, drei, vier. Vier größer. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Zack, zack. Und jetzt trotzdem einfach so verbinden, oder was? Nee, diesmal würde ich fünf breit machen. Also nicht mit zwei rechts und zwei links. Und dann zwei so. Zwei so. Zwei so. Zwei so. Zwei so. Zwei so. So. Und dann drei. Ein, zwei. Nee, zwei, ein. Nee, siehst du schon. Du hast das falsch gemacht, Ben. Die müssen, glaube ich... Ich glaube, jetzt müssen nur noch drei. Drei so. Oder? So. Ich hab's, Ben. Ich hab's, Ben. Kleiner Augenblick. Ich mach das kurz. Ja, einfach Xer, oder? Einfach so. All right. Wir haben den perfekten Kreis, Ben. Das ist wirklich ein Realer-Kreis. Man kann keine Kante sehen. Ja, na ja. Boah, Ben. Wie wollen wir eigentlich das Trampolin machen? Ohne... Ich zeig dir das. ...diesen schwarzen Dingsbums. Weißt du, welcher Block jetzt übel geil wäre dafür? Der Gerüst. Aber der ist weder rot, noch haben wir den hier. Warum füllst du das denn aus? Das muss doch höher. Ein Trampolin ist doch hoch. Du brauchst doch den Bounce, Alter. Mann, kommt zu. So. Wir machen das so ein bisschen Textur mit dem Teppich. Wie hoch willst du nur das Ding machen? Ihr bist verrückt. Ja, sie muss doch bouncen wie ein Bounce-Meister. Wir haben noch drei Minuten. Das ist eine Mauer. Aber jetzt... Wollen wir das mit dem Nether-Ziegel vielleicht machen? Ja, okay. Mach doch schnell. Das ist ein bisschen am Schielen. Das ist ein dunkles Weinrot, Leute. Was ist denn da sonst so eine Farbe? Das ist ein Weinrot. Grüne oder was? Gelb. Was? Natürlich hat das einen Gelbstich, Nina. Du verarschst mich. Ich weiße, so offensichtlich. Ja. So, pass auf. Und jetzt machen wir nämlich über Hightech-Stuff mit hier Teppichen. Hightech-Stuff mit dem Teppchen so in. Was hältst du davon? Oh ja. Ja. Halt dich gut. Halt dich gut. Okay. Wollen wir jetzt so einen Menschen malen, der so auf den Trampolin springt oder so? Drei Minuten, dann gib dein Bestes. Warte, warte, warte. Ich hab nie. Ich hab nie. Ich hab nie. Wo ist denn die Mitte hier, Alter? Ich schiele. Ist das die Mitte? Nee. Äh, die Mitte ist... Doch. Nee. Hier so. Hier ist doch auch immer so bei Trampolin. Oh ja. Smartback Smartback. Dann weiß, wo man hinspringen muss. Und dann Turm. Ja, wie kann man den Rotbarn schon? Wir müssen da einen Mensch drauf bauen. NPCs. Wir können NPCs da drauf machen. Pass auf. Wir machen hier einen Koch drauf. Da ist er. Dann mach ich hier... Boah, jetzt mach ich was richtig Smartes, Ben. Geht das? Mach hier einen Wissenschaftler drauf. Nee, das geht nicht. Boah. Ich hab... Da war nicht ansatzweise rot. Bin ja hier auch der Schiedsrichter. Ach so, Entschuldigung. Warte, ich mach jetzt folgendes. Boah, das funktioniert nicht safe. NPCs. Wikinger. Ja, guck mal. Der springt hier so drauf. Ja, ja, ja. Das ist krank, Elina. Krank. Ja, das geht mir safe nicht. Das wird mich wundern. Das war aber auch schwer mit einem Block, ey. Gorilla. Ein springender Gorilla. So, und jetzt machen wir so über hoch ein. Ben! Hilf mir! Ja. Mach hier einen NPC um drauf. Ich weiß nicht, wie das geht. Warte, ich schaff das. Sieben, sechs, fünf. Oh, jetzt hab ich noch einen Gorilla aus Versehen gemacht. Egal. Gorilla kann da mal ein bisschen springen. Gorilla. Ey, das sieht voll gut aus. Findest du nicht schlecht? Was ist hier los? Hässlich. Ja, die... Ja, das ist... Nein, Spaß. Das ist gut. Das ist auch überhässlich. Hä, beim letzten Jahr waren das doch so voll die Profis. Echt? Das geht? Ja. Ja, okay, das haben die halt... Das sind wir, das sind wir. Rotes Trampolin, was Neues, Leute. Ich bin ehrlich, es sieht eigentlich kacke aus, wenn ich ehrlich bin, Elina. Das ist kein Sieg, denke ich hier. Ey, oi. Einer schreibt, okay. Weiß ich nicht. Spiegel, ein Speck in der Bratpfanne. Ach so, das ist aber überstrung gebaut. Das ist voll gut. Aber die Trampolins, die sind ja auch alle überkacke irgendwie. Trampolins. Trampolins. Das ist ja Not gegen Elende. Oh, das ist gut. Das finde ich gut. Aber es sieht ein bisschen aus wie so ein MMA-Kickbox-Cage. Ja, 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 ja. Perfekt. Gehen noch mehr, wenn ich rede. Sorry. Boah, das finde ich übernice. Das ist auch so eine Fernbedienung oder so. Oh, das ist gut. Das ist riesig. Jump on it. Das mit diesen Jumpen haben wir halt nicht gemacht. Ja, aber das ist auch grün. Der hat gewonnen. Nicht mal top. Die haben gewonnen. Weiß ich nicht. Ich hab grad zwei, vier. Sechster. Ja, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, Elina. Einmal Sechster, einmal Erster. Das geht ja auch riesig. Ist im Mittelwert Erster. Leute, ich hoffe, es hat die Folge gefallen. Falls ja, das bringt einen Daumen nach oben da. Darum würde ich mich riesig freuen. Das bringt ein Abo da. Darüber freue ich mich. Mehr auf der Reihe. Tschüss. Tschau.